hey ihr lieben da ist wieder eure kathrin mit einem neuen unboxing video und zwar habe ich heute vom modell pferdeversand ein päckchen bekommen wie man hier so schön sieht und da ist auch wieder was ganz spezielles drin und zwar kennt ihr vielleicht schon das papo special set der rainbow standing rex mit dem velociraptor aber papo hat noch ein weiteres special set und was da drin ist das zeige ich euch jetzt also ich bin schon sehr neugierig und freue mich echt rechnung sein neuer papo katalog das ist ja schön so ein bisschen schutzpapier und da ist es auch schon juhu so ich mache es mal ein bisschen spannend hier ist französisch in französisch ein bisschen was drauf geschrieben ja so dann drehen wir das ganze mal um wieder ein standing rex diesmal in braun so wie wir ihn schon kennen aber diesmal ist dann oviraptor mit bei und zwar in einer ganz anderen koloration guckt euch das mal an ist das nicht genial ist das nicht genial wow ein ganz anderer look als wie das ursprüngliche modell das ist ja wirklich mal cool gut den werde ich repainten zwei braune rechse brauche ich nicht deswegen werde ich denen als repaint modell benutzen ja habe ich mal wieder meinen spaß mit papo figuren aber jetzt packen wir das ganze mal aus tja ihr lieben das ist es also das paco special set mit dem oviraptor in anderer koloration ja wollte es euch noch mal so zeigen hier ein bisschen in gegenüberstellung nicht so von oben aber jetzt packe ich das ganze mal aus und dann können wir uns das mal genauer anschauen ja da haben wir die beiden die sehen doch schick aus oder dieser tolle oviraptor hier meine güte hier ist dieser aus dem special set sieht der nicht genial aus wow also wirklich ein sehr auffälliges repaint hier im gesicht wirklich farbig umgesetzt herrlich 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 viel dunkler als das ursprüngliche modell sagenhaft wirklich klasse so hier haben wir mal original und repaint nebeneinander das original wird natürlich also das ursprüngliche modell wird etwas feiner detailliert in der koloration der hier ist etwas farbiger abgesetzt aber wirklich sehr sehr spannend wirklich absolut interessant also da kann man sich wirklich überraschen lassen was papo da vielleicht sonst noch an specials jetzt ausbringt das ist jetzt hier das zweite soweit ich weiß nicht schlecht mit einem andersfarbigen oviraptor wirklich cool das ist wirklich cool absolut cool ja schön schön tja und wie schon erwähnt das ist das erste special set das ich mir von papo geholt hatte mit dem rainbow standing recs und noch mal einem andersfarbigen velociraptor dem klassischen velociraptor von papo na also auch wirklich sehr sehr schön und war auch recht günstig muss ich sagen also für 1990 oder so hat es gekostet bei tolls und das special set vom modellpferde versand war knapp 30 euro ich habe beide gerade mal miteinander verglichen der aus dem special set und den normalen braunen t-rex den man so zu kaufen bekommen und muss feststellen dass der sich farblich ja doch etwas unterscheidet von dem da der zum beispiel hat eine helle blässe bekommen und hier dieses ist auch noch mal mit ja grau oder so versehen worden die koloration ist jedoch etwas anders heller da ist ein grün stich mit drin hier hat er noch ein paar punkte am unterkiefer dem braunen modell fehlen also der ist doch von seiner koloration her heller als wie der braune reguläre die füße sind dunkler natürlich können farben auch variieren aber man sieht hier ganz klar dass er doch etwas anders koloriert wurde als wie der braune hier hat auch noch etwas mehr grün drin als wie der da das finde ich schon sehr schön also bleibt er so wie er ist und der auch wird nicht repainted kommando zurück auch die bauch unterseite ist hier wesentlich heller als wie bei dem anderen zeigt hier eine ganz andere farbstruktur heißt also ich belasse alles so wie es ist das war's also mit meinem unboxing zu meinem zweiten papus special set der braune standing t-rex mit einem repainteten obi raptor wirklich spannende sache wirklich sehr sehr schön also ich freue mich absolut ja jetzt muss ich erst mal gucken wo bringe ich die bloß noch unter mein platz ist hier mittlerweile echt begrenzt aber ihr lieben schaut doch mal in die video beschreibung da findet ihr das special set auch noch mal mit dem velociraptor und den link hierzu wo ihr den ergattern könnt wenn ihr die haben möchtet und ich klicke mich wieder aus sagt tschüss bis zum nächsten mal bis dann ihr lieben eure katrin